Hallo, wir spielen heute wieder Assassin's Creed Black Flag, ähm... Ja, letzte Folge ist Blackbeard draufgegangen, natürlich ein bisschen blöd, aber ich hab das mit Havanna jetzt noch nicht hingekriegt, weil dieses Shanty ziemlich kacko ist. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal hier hinten dieses Vorschnabulieren, das ist nämlich nur zwei Pünktchen groß, das heißt, das können wir noch gut machen. Oh, I got a sister, she's nine feet tall. So, noch mal gucken, also, wenn wir das haben, dann gibt's hier auch noch so eine kleine Insel, die man sich natürlich holen könnte und so. Also es gibt dann wieder jede mehr zu entdecken. Und eine Fregatte, die hat schön Metall, die holen wir uns. Und eine Fregatte, die hat schön Metall, die holen wir uns. Feuer! Alle Mann auf Position! Auf dein Zeichen, Käpt'n! Feuer! Feuer! Runter auf den Grund! So. Zuerk! Wir werden uns versenken! Feuer! Wir sind verschädigt! Feuer! Wir haben nur Feuer, Käpt'n! Feuer! Eis dahin, Sir! Feuer! Wir haben den Getroff, Sir! Wir lassen die Trab- und Sägel! Feuer! Na Käpt'n! Hier sind eine Salve, genau! Die Resalve hat uns getroffen, Sir! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Geht gleich unter! Feuer! Erwartende Fehler! Okay, reif die Säge genau da rein! Feuer! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Die Vorfamstelle ist aufgeschöpft! Feuer! Leesegel einholen! Bleib weg! Feuer! Konzentrier dich aufs Ruder, Käpt'n! Alter! Noch ein direkter Treffer und ihr geht unter! Feuer! Oh, Kacke! Wir sind bereit, Chef! Feuer! Das Schiff leidet! Zu viel Schaden! Feuer! Das war jetzt auch knapp. Das müssen wir jetzt aber nochmal schnell erbeuten. Mann, Mann, Mann! Oh, 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 oh! Ober- und Bramsegel! Segelreffen! Raus aus der Böe! Schägelreffen! Und die Marschägel halten! Äh, ja... Okay. Machen wir uns mal bereit. Und... So... So... Oh, ich muss mich schnell kurz verpissen. Weil wir dürfen dann wohl nicht mehr so viele Feinde sein. So, da muss ich ja jetzt gewissen werden. So. Und natürlich werden wir die Jackdorf reparieren. Okay. So, dann rennen wir wieder einmal um. So, dann fahren wir mal weiter schön zum Vor. Okay. 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 Also, dann wollen wir mal gucken, wie das jetzt mit dem Fall läuft. Ich hoffe, wir kühlen das gleich First-Try-mäßig hin. Das sieht sehr machbar aus. Und natürlich haben wir keine Mörsergeschosse. Mörsergeschosse. Das können doch nicht sein. Okay. So. 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 Gut. So. 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 Oh Mann, ich kann hier nix sehen. So, jetzt geht's erstmal ab zum Funger. Kassen von Steuerbord, Überlebende, Absegelreffen, raus aus dem Wind. Bringt den Kahn zum Stillstand. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier denn so Schönes zu erledigen haben. So, hallo? Ah, hab ich grad auf euch gefragt. Was ist der Kenway da denn schon wieder für einen Wissen macht? Okay. Jetzt brauche ich nur noch diesen einen Raum. Alter, ergebt euch jetzt mal, eure Leute sind tot. Alter. So ein Kack. Meine Herren, wollten sie mich noch kurz überwältigen? Aber nein. Papa hat sich jetzt mal schön sein vorgeholt. Okay. Dann haben wir das. Jetzt gibt's nur noch hier diese drei schweren Forts. So, ich glaube allerdings, dass wir uns jetzt gleich mal hier was schnabulieren können. Egal, wir machen jetzt erst einmal... Warte mal... Davon... Oh, es gibt nur einen Auftrag. Okay, sehr schön. Dann nehm ich natürlich erstmal diese Mission an. Und jetzt... Nein, wir müssen die verschwenden freuen. Und jetzt sammeln wir noch schnell diese ganzen Kisten und so ein. Und dann, glaube ich, sollten wir auch mal das hier gemacht haben. Na, die sind natürlich jetzt wieder alle da oben. Äh, ja. Ist das andere... Ist wahrscheinlich da drüber. Ja. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. Nur noch zwei von diesen Fragmenten. So, komm. Zack. Und hier haben wir noch irgendwo ein Fragment. Okay. So, jetzt müssen wir noch diesen Auftrag machen. Dann haben wir hier das vor auch Gold. Können wir hier runterspringen. Na, ihr Vögelchen. Ich würde mal aufpassen, nicht, dass gleich noch das Vor auf euch feuert. Oh, ist hier denn jetzt schon wieder ein Spielgebiet, ey? Da hinten ist es. Okay, dann fahren wir einmal in die ganze Insel rum. Weil dann legen wir uns auch nicht mit den anderen Schiffen an und so. Und dann ist das doch alles ganz gut. Ja, komm, der macht schon nix. Der trifft auch nicht mal. Oh, Mann. Sind die Verfolger schlecht. Trotzdem sind sie schnell unterwegs. Also so ist es nicht. Boah, ich liebe diese Piratenmusik, Alter. Ich liebe sie einfach. So, ich will jetzt mal hoffen. Dass wir jetzt mal... Was sollen wir denn eigentlich machen? Wir sollen... Irgend so ein Schiff ausfindig machen. Ist das vielleicht die Fregatte? Nein. Ist es auch nicht. Vielleicht da hinten sind das die paar Schiffe da. Müssen wir mal gucken. Das ist eine andere Fregatte. Okay. Hä? Das muss ja hier irgendwo sein. Ich glaube, ich muss den nur einmal nach rechts. Kann das sein. Ach, das da. Und das Ding soll ich jetzt noch entern. Okay. Alles klar. Feuer. So. Oh, nee. Komm, jetzt haben wir die ganzen Schiffe hier am Arsch. Feuer. Oh, kacke. Auf dein Zeichen, Käpt'n. Feuer. Aber schwer und schädigt. Können das noch hin? Hallo. So. Jetzt wird das hier erstmal geentert. So. Jetzt kommt. Zieht das Ding mal ran. Okay. Oh, okay. Oh, meine Güte. So, Captain. Das sieht nicht gut aus. Ja, fertig. Gut. So, was können wir machen? Verkaufen sie ihren Rum. Okay. Ich repariere meinen Ejector. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier gleich nicht noch die ganzen anderen Schiffe... Die müssen wir ja auch noch loswerden. So, Mission haben wir gemeistert. Das heißt, wir haben jetzt auch den einen Stützpunkt da fertig. Am Start. So. Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier jetzt mal. Und diese... ...240s da mache ich offline fertig. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Like da. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin, haut rein. Tschüss. Wir sind beschädigt! Wir sind beschädigt! Untertitelung des ZDF, 2020